Hasta la bon su ever, muchachos. Peace und Nüsse kraulen. Super geil, dass ihr wieder am Schlüssel seid bei Rainbow Sixie. Raked unterwegs heute auf Freizeitpark. Zusammen im Wasser. Hallelu. Was geht, muchachos? Jawohl. Ordentlich durchdrehen. Ah, Freizeitpark. Interrogation. Oh. Ich nehme Valkyrie. Wohin gehen wir denn eigentlich? Äh, Draglab. Draglab. Dragen. Drogenlabor. Dragenlabor. 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 Auf geht's, muchachos. Der Rundeabendkid. Und kraulen sie mir meinen Nüssen. Puh, Dekos. Tut mir wirklich leid, aber ich werde rauswitschen. Es tut mir doch so leid. Girl, ich würde alles tun, dass du mir verzeihst. Digga, das ist richtige 90er Jahre Musik. F-Ross. Wer kennt ihn? Digga. Den Namen fand ich nicht mehr. Nicht? War das überhaupt von F-Ross? Ich weiß nicht. Digga, ich kenne nicht mal F-Ross. Okay. Oh, da ist noch eine Drohne. Eine Drohne. Hallo. Es war meine Drohne. Ein Drohne. Kann ich hier noch irgendwas reinforcen? Nee, eigentlich nicht. The question is, wo geht dieser Cavera-Spieler jetzt hin? Profi-Cavera-Spieler geht ins Büro. Ich bin ein Profi, muchachos. Vertrauen zu mir. Control Area. Leave now. Ja. Toll. So zwei Camser hingeschmissen. Aus Versehen, ja. Ja, Profi, Alter. Aber dann noch rauswitschen, sterb ich. Oh, nee. Ja, ich wollte gerade rauswitschen, aber... Ich glaube, ich lasse es lieber. Nee, ich lasse es. Ich hau ab. Richtig YOLO. Da kommt schon der erste hoch. Zwei sind da, ja. Ja. Die sind alle da vorne. Hier ist nix los, ey. Pass auf. Hier wird gerade gedronet. Das wollen wir nicht. Lass jetzt mal schön reinkommen. Lass sie reinkommen. Ja, ja, ja. Lass sie kommen rein. Lass sie kommen rein. Aber was einfacher zu sehen wäre, hättest du noch eine Kärne, die dich ja platzieren könntest. Kaffee, hör ich was? Kaffee, hör ich was? Ja, Kaffee, hör ich was? Ja, Bug und News sind drin. Soll ich reinpupsen? Warte. Oh, was? Jetzt. Ich geh unten lang. Interrogation. 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 Nein, ich hab den Glatzfass. Ich hab den Glatzfass. Er ist draußen. Er will mich ficken, oder? Fick ihn. Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Oh, fuck. Nein, da der geht. Oh nein, scheiße. Ganz hinten war das immer. Nein! 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 Ich dachte, ich schaff es. Das hätte ich auch... So sneaky war ich nicht, muss ich sagen. So sneaky war ich nicht. Ich habe noch ein bisschen reingeschossen, Alter. Das war mein Fehler. Ich hatte direkt defusion sollen. Scheiße, Alter. Aber ich muss auch sagen, Bouchachos, also da hatte ich auch keine Chance mehr auf die... Also zwei Intonationen erstmal richtig sexy. Ritzgeil. Und dann den Glatz, der sich da schön verstecken wollte, mit der Contact-Netzwerke fickt. Es war schon cool. Aber auf die Entfernung gegen Arcock mit einer Pistole ohne Visier... Okay, ich nehme Blackbeard. Wir brauchen bestimmt einen Hibana-Nil. Okay, sehr schön. Schade, schade. War knapp. War richtig knapp, ey. Also es hätte echt maximal eine Sekunde gefehlt, Marvin. Als es umgesprungen ist auf Null und wir Lost hatten, waren gerade alle von diesen komischen Blöcken auf dem Bildschirm ausgefüllt. Also... Ich würde fast sagen, eine halbe Sekunde hätte gereicht. Es war super close. Also ich will nur sagen, hättest du nicht noch in die Ecke geschossen, dann... war gewonnen, ne? Dankeschön. Nein, nein. Ich bin ja nicht mehr auf die Idee gekommen. Und ich hätte damit echt das Ding retten können. Hätte ich schärfen können, richtig safe mit dem Teil, während du aufpasst. Also eigentlich hab ich die Scheiße da. Okay. Ja, man lernt aus jedem Shit. Man lernt aus jedem Shit. Ich hab echt nicht damit gerecht, dass man da rankommt, von der Entfernung. Okay. Okay, die haben Echo auf jeden Fall. Wir haben keine IQ. Ich geh ins Fenster und versuch ein bisschen zu pümmeln. Oben. Oben ist Doc. Was für ein kleiner Schwanz, Lord, Alter. Kansiert durch, nix. Doc ist immer noch wir. Loll, er hat meine Drohnen zerstört. Scheiße. Ich könnte irgendwie... Kannst du Drohnen? Das war der Echo. Okay. Okay. Nice. Hä? Wollten die hier beide rausspitchen? Nein! Cavera on me. Boah. Boah wusste sie das. Ich schaff das. Loool! Hier! Alter! Loool, Mann! Alter! Ich hab dich schon tot gesehen. Ich dachte schon, es ist nur ein Typ da. Ich krieg mir da nichts ab. Alter, war das los, ey. What the fuck, ey. Ich hab dich sowas so tot gesehen. Aber ich mich auch. Also ich dachte, ich hab ja gerade erst auf die Waffe gewechselt. War doch drauf und Cavera. Egal. Ich hab's geschafft. Aber ich hab keine Ahnung, wie hat denn die Ying da oben den... Also das war echt nämlich von Echo und... Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Die haben sich in der richtig safen Position von der Ying killen lassen. Drople! Wenn ich dabei zercampen soll, dann hätte ich die ganze Zeit nichts machen können. Ich hab die ganze Zeit Angst gehabt, meine Hibana-Dinger zu placen. Weil ich beim Placen in die Schauze kriegen könnte. Du nimmst wieder? Und dann versuchen sie beide rauszupitzen und werden beide gekillt. Ja! Interrogation. Muchachos, Interrogation. Alter, Muchachos. Pink geht ab hier bei unserem Kollegen auf. Amor. Tia, Martin. Amor. Tia, Martin. Amor. Tia, Martin. Tia, Martin. Tia, Martin. Tia, Martin. Tia, Martin. Tia, Martin. Okay... Ist der Hunnafro getroffen? Wo? Wo möchten wir eine haben? Oh. Irgendwo versteckt. Ich hau mich mal wieder, erst bei Muchachos, hier drüben ins Office, falls ich diesmal irgendwie was anderes taktisch versuche. Zurück. Muchachos vertrauen Sie mir, ich bin deinem Volk. Schickt der Root dann einen Kill? Nein. Nein. Ah, er schießt, aber kein Kill. Er hat geschossen und einen Kill bekommen. Nice. Ist zwar passend, kann man sagen, Muchachos. Muss man sagen. Aber ist ja in unserem Team, ne? Hm. Also viel sehen kann man auf Camps, nicht bis jetzt. Auf gar keinen Camps. Oh. Oh, hier ist Smoke. Da habe ich mir markiert. Oh, haha. Oh, diggy Muchachos. Oh, diggy Muchachos. Digga, zwei Leute im Café, schon böse. Oh, fuck. Einer ist vor Café. Hä? Wo führst du denn rein? Interrogation. Ja, nein. Run. Oh, wow, 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 wow. Wow. Alter. Wahrscheinlich nicht so gerechnet, aber warte. Dann hole ich mir auch, Muchachos, dann hole ich mir auch. Das ist Sophia, warte. Hier ist sie, ja Sophia ist hier. Hab ich, hab ich. Nein, nein. Sorry, sorry. Oh fuck, warte. Nein, lol. Pass auf da jetzt, pass auf da jetzt. Genau in der falschen Sekunde hast du sie gekriegt. Hast du noch eine Kette, die du hinhauen kannst? Ne. Ich glaube, ich sie irgendwo sehe. Ich glaube, sie ist oben im Drogenlabor drin. Äh, im Café drin. Wahrscheinlich lag die Bombe nicht da. Sie ist wieder raus. Können wir schnell wieder ans Fenster kommen. Oder Kitchen. Ja, Hauptlobby. Hat sie eingeschlagen. Hauptlobby? Hauptlobbyeingang, ja. Don't mark, don't mark. Don't mark. Nein, fuck. Jetzt kommt sie, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Wuuuuh. Bra, bra, bra. Wuuuuh. Aua, muchachos. Jede Runde eine Inturgation. Mit Daycon. Die sind safe. Sehr schön, das war wichtig. Aber da hat auf jeden Fall sehr viel Yoro noch in der Rolle gespielt. Jeder wollte dann Kill haben. Alter, jeder ist nur noch rausgerannt. Ja, das Ding ist, ich war rausgerannt. Du hast ja markiert, wo sie war. Und genau in dem Moment, als ich sie gesehen habe, hast du sie erschossen. Und dann war ich aber schon noch am Rüberlaufen dahin und dann habe ich gesehen, oh fuck, da kam jetzt gerade der Jekyll an, aber dann war es schon wieder auf irgendwie 8 Kilometer Entfernung mit der Pistole. Dazu muss ich auch sagen, es war ein geiler Skillshot. Die gehen jetzt höchstwahrscheinlich Kindergarten, deswegen nehme ich Hibana. Die können wieder überall hingehen. In Twitch. Okay, Twitch am Stissel, muchachos. Und ich will mal sehen, ob ich nächste Runde mit Cavera nochmal Inturgation bekommen kann. Meins hat schon mal jemand geschafft? 5 Interrogations? Bestimmt, ne? Also ich bin jetzt bei 3. Nein, ich meine in einer Runde. Achso. Ein A ist mit Interrogation. Im Büro sind sie nicht. Sind wieder unten. Okay. Ja, ich bin Hibana, mache den Drop auf und dann verziehe ich mich. Teacups. Also meine Drohne hier versteckt. Da ist Cavera im Café gerade. Wow, ja, hab ich gesehen. 5 Sekunden, go. Ah! Oh, die verstärkte Schlafzimmer. Schlafbereiche. Okay. Dann kann man dir überlegen, ob man da von hinten angreift, ne? Mach das mal. Versuch den Drop aufzumachen, dann gehe ich von hinten. Toll. Digga, was machen wir denn? Ja, der Maestro wollte gerade ein bisschen auswarte schon mal den Maestro. Das heißt, keiner Maestro-Camp-Damage mehr. Ah! They barricaded themselves top. Near sleeping area. Noch jemand im Café Ok Café ist anscheinend hier Café ist hier Ja Marvin Kein Aufzug, aber ich glaube hier ist nicht da wer Ist da noch wer? Hä? Schlafbereich ist nicht bei mir, doch Vigil ist Ich habe hier Vigil-Ausschlag I got the Vigil-Shit top Unten zielt jemand aufs Fenster, aufpassen Ja, seh ich schon Dann mach ich hier mal auf Was mach ich denn dann jetzt, Alter? Warte mal, ich lass mal den Diffuser hier Ja Ich gehe dann mal über den Hauptschüssel rein Versuchen von vorne zu pushen Vigil, meinst du, wer da noch? Ich habe oben Vigil-Ausschlag gehabt Ja Ja Ok, Vigil war unten, habt ihn Doch gehört, dass da wer war Ja Ja LOL LOL Alter war das knapp Alter LOL Der Kollege ist auch gestorben WTF Hier Hier ist Blackbeard, links oben Neben mir war Chanka, neben mir. Er ist direkt neben mir. Direkt neben mir. Hier war es neben mir. Ja, hier war es. Auf der Seite. Auf der Seite. Auf der Seite, hinter der Gaming-Arcade. Dieser, dieser. Genau hinter mir. Genau neben mir. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Aber es ist immer noch zu zweit. Guck auf die Drohne. Kommt nix. Hinten Gang durch, hinten Gang durch, hinten Gang durch. Ah, schade. Nice call. Dass ich nicht bekommen habe. Aber danach wäre es auch noch schwierig gewesen. Ja. Ah, Digga. Ja, da muss ich sagen, dass der Termite den Tachanka nicht gekillt hat. Das fand ich... Ich würde gerne Office. Mit Mute kann ich da eine Seite gut deffen. Oh, Digga. Ich wollte extra schön andersrum kommen. Und hab auch noch den Vigiler gekillt. Und dann stand der Tachanka echt mitten im Main Lobby hinter so einem Spielautomaten, Alter. So, wo du nie mit rechnest, dass da irgendwer steht. Aber was mich halt wundert, genau, genau fünf Meter neben mir, links neben mir stand Termite. Der hat gesehen, wie gekillt wurde, von wo ich gekillt wurde. Dass er auch gestorben ist, das war nicht. Oh, das war natürlich shitty. Kommt schon alles zu. Nummer eins. Na 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 na. Nummer zwei. Wohin hab ich? Hier. Ganz wichtig. Hier. Damit ich da... Schön chillen kann. Überlege gerade, wo ich chillen kann. Ich glaube, ich geh da drüber jetzt im Schlafbereich oder so, ne? Kannst du machen. Ja. Auf geht's. Okay, dann schäme ich mal. Wir haben doch sogar eine Frost, warum muss hier... Warte, hier ist einer. Das ist so YOLO hier, Alter. Schüsse auf der Südseite, Steps auf der Südseite. Hier ist auch was. Schüsse auf der Südseite. Kommt her! Ja. Kommen die schon irgendwo? Ja, hier. Scheiße. Der Deckel verfolgt mich. Ich hab keine Ahnung, wo der meine Fußstapfen hier hat. Was? Ich hab... Ich hab gemessert. Wie? Ich hab das nicht. Ich weiß nicht, was passiert. Oh, Valkyrie... Valkyrie muss ich bekommen! Da sind zwei! Oh... Die... Die brechen da durch, Office. An einen Seite. Ihr müsst alle da hin. Also bei B. Bei B. An anderen Seite. Kontaktnate oder so. Wir werden da planten. Nein! Schade! Schade! Die erste Runde, die wir verloren haben. Die wir knapp... Richtig knapp verloren haben. Mit dem Bombe entschärfen. Und dann noch die Runde hier vor, glaub ich. Die hätten wir auch gewinnen können. Also hier hätte Valkyrie auch gerade ordentlich mehr machen können. Die hat echt, äh... Total verzogen. Ähm... Jetzt können sie immer noch kindergarten. Deswegen muss ich Hibana nehmen. Ich nehm Thatcher. Ja, mein Problem war diesmal... Ich bin rübergegangen auf die andere Gebäudeseite mit Cavera, um irgendwas zu holen. Aber die kamen komplett nur bei B. Und B ist ja auch richtig scheiße. Da kann ich ja mit Cavera eigentlich überhaupt nichts machen. Da kann ich ja nicht von hinten irgendwo angreifen. Das ist einfach so YOLO, dass wenn die über ein Fenster steigen, dass die einen schon viel vorher sehen als ich die. Als wären das so zwei verschiedene Zeitzonen, die die da durchgehen. Das ist so random, Alter. Ja, das hab ich aber auch schon irgendwo von irgendwelchen... Ich glaub mein CJ oder irgendwer was. Aber ich hatte das ja auch schon ein paar Mal. Weißt du, dass die über das Ding rüberkommen und nicht mal die Waffen wieder in der Hand haben und die Trottenschilder schießen können? Ja, ja. Das ist echt strange. Okay, jetzt wieder konzentrieren. Ich will auf jeden Fall ne Camerun noch unten haben. Haben sie jemand mit C4? Wenn sie nen Puls haben, dann muss ich aufpassen in den Café. Sonst kriegen wir das schon irgendwie hin. Geigen wir von Trains aus an? Ähm, können wir auch machen. Dann will ich mir mal um... Umsporen geht nicht mehr. Ja. Umsporen ist zu spät. Aber ich glaube... wäre eigentlich ne ganz gute Idee. Ich komm rüber. Ne, hoch, hoch, über hoch, hoch. Wir müssen auf die Südseite. Okay. Aha. Ja. Hier ist ne Weltencamp. Das ist Mono. Und... Da ist auch noch rein. Faktiv. Denk, ich hab die nicht bekommen! Oh! So, hier müssen wir rein. Okay. Oh, die hätte ich kriegen müssen ey. Fick mein Arsch! Ich drohne nochmal rein. Ja, ich drohne gleich auch nochmal. Ja, ich drohne gleich auch nochmal. Irgendwer ist hier in Trains markiert. Ja. Abgehauen. Echt? Abgehauen? Also... Ist rüber gegangen hier. Bist du sicher? Ja. Ich hab's hier gerade noch markiert. Okay. Jetzt ist sie nochmal weiter weg. Jetzt ist sie an der Seite drinnen. Marvin. Ja. Ah, da. Oh fuck. Die Leute sterben schon wieder. Ich geh nochmal... Warte. Ich hab keine Drohne mehr leider. Ich hab noch eine. Da ist keiner mehr. Ne. Die ist nicht mehr da. In dem Raum. Die ist hier. Warte, Ela ist hier. Markiert. Die ist wieder im Raum. Erstmal safe hier im Raum. Ah! Sie hat mich. Digga, die carried das so durch. Alter. Oh fuck. Digga, die hat mir gerade instan Headshot gegeben. Und bei dir schießt sie ja, als wenn sie gerade irgendwie Harry Potter gesehen hat. Still Posse, Bro. Digga, ich werde hier drin... Pass nur auf... Ja, das Problem ist ja, dass wir jetzt nichts mehr aufwachen können. Mhm. Doch. Maverick. Oh. Sehr schön. Hat da auch einer, oder? Pass auf! Kapkan! Ich sehe nichts. Oh, ich dachte, ich habe ihn gekillt. Der hat nicht mehr viel Leben gehabt. Der hat nicht mehr viel Leben gehabt. Oh, dass wir das aus der Hand gegeben haben. Oh shit, ey. Dieses Game... Oh, Digga, es war eigentlich... Es war schon gewonnen. Es war schon gewonnen. Ah! Aber geile Interrogations am Anfang. Nur am Ende hin hat es irgendwie nicht mehr funktioniert. Ah! Fuck, Alter. Aber... Ja, ich weiß nicht, was da gelegen hat. Irgendwie... Wir haben es auch nicht verteidigt bekommen. Verteidigerrunden waren die Schwäche. Ja. Leider. Gucken wir doch mal. Da gehen wieder 24 Punkte dahin. Muchachos, wenn euch die Runde gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben in die Kommentare. Hashtag Interro, InterroDeko. Und sehen wir uns heute beim nächsten Mal wieder. Abonniere lassen. Bis zum nächsten Mal reingauen. Ciao, ciao!